Das Fiumedic Operion Konzept der Rhein Medical GmbH mit Hauptsitz in Deutschland ist ein flexibles OP-Wandmodul mit eingebautem Bildschirm und einem integrierten Computer. Dieses flexible OP-Wandmodul entspricht in Leistung, Hygiene, Flexibilität und Zukunftssicherheit sowie Design den Anforderungen einer medizinischen IT-Lösung. Der modulare Aufbau von Fiumedic Operion Konzept basiert auf der Trennung von medizinisch zertifizierten Computer- und Monitormodulen und der Außenhülle. Möglich sind für die Außenhülle verschiedene Grundprinzipien. Die Operion Wall ist als komplettes Wandmodul vorgesehen. Diese Nische vom Boden bis zur Decke wird flexibel mit einer Front abgedeckt und schließt an den Seiten dicht mit anderen Wandmodulen oder Trockenbauwänden ab. Die Platzierung des Computer- oder Monitormoduls lässt sich innerhalb der Nische somit variabel aufbauen. Auch die Operion Nische arbeitet mit einer bereits vorhandenen oder den Ansprüchen entsprechend geplanten Nische in der Wand. Die Front ist flächenbündig in die Wand eingelassen. Breite und Höhe sind abhängig von der Displaygröße und ihren Vorstellungen. Der Operion Tower, ebenfalls eine Bodendeckenlösung, hingegen wird vor der vorhandenen Wand montiert und seitlich verkleidet. Ohne bauliche Veränderungen lässt sich diese nur wenig von der OP-Wand abstehende Lösung in jeden OP integrieren. Ebenfalls vor der OP-Wand montiert wird der Operion Body. Breite und Höhe richten sich nach der Displaygröße. Wie andere Aufputzgeräte lässt sich diese Variante somit problemlos in jeden OP integrieren. Verschiedene Oberflächenmaterialien wie Glas, geschliffenes und gepulvertes Edelstahl und Korean in mehreren Farben ermöglichen individuelle Designlösungen. Die Geräteverkleidung kann so den räumlichen Gegebenheiten oder dem Raumbesign angepasst werden. Neben der Wahl der Außenhülle stehen bei der Erstellung eines individuellen Operion-Systems medizinisch zertifizierte Computer- und Monitorkomponenten sowie Eingabemodule zur Wahl. Das PC-System basiert auf einem leistungsfähigen Industrie-Mainboard. Die Standardausstattung verfügt über einen Intel Core i5-Prozessor und kann auf einen i7 aufgerüstet werden. Weitere Erweiterungen stehen zur Option, wie die Aufrüstung des Arbeitsspeichers bis 8 GB. Die hochwertigen Industriedisplays sind in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich. Neben einem Operion-System mit einem Monitormodul sind auch Lösungen mit mehreren Monitormodulen denkbar. Das flexible OP-Wandmodul Vumatic Operion ist aufgrund der Trennung von medizinisch zertifizierten Modulen und Außenhülle ein Konzept von hoher Flexibilität. Anpassungen der Operion-Lösungen und auch Upgrades einzelner Systemmodule sind bei Bedarf auch nach Jahren problemlos möglich. Konfigurieren Sie sowohl Außenhülle als auch medizinisch zertifizierte Computer- und Monitormodule im Operion-Konzept entsprechend der räumlichen Gegebenheiten und Ihren individuellen Anforderungen. Rhein Medical – We make your e-health come alive! Rhein Medical am